Das ist wirklich so viel Spaß zu machen. D. T. M. Die Saison ist vorbei. Komm, los geht's! Was für eine fantastische Runde! Die D. T. M. ist für mich ein Kindheitsraum. Bunt und spannend. Die härteste und beste Rennserie. Königsklasse. Ich glaube, was wir heuer gesehen haben, war der Sport am feinsten. Ein Ferrari-Sieg in Monza. Liam Lawson, Race No. 1, Win No. 1. Ich muss sagen, der Wechsel auf die GT3 hat wirklich Spaß gemacht, weil er einfach Markenvielfalt in die Serie gebracht hat. Wir sind ganz viele neue Namen, neue Teams. Ich würde schon sagen, dass die DTM wieder auferstanden ist. Mit den Herstellern, mit den Fahrern, die sehr international aufgestellt sind. Die DTM bedeutet für mich hartes, aber faires Kämpfen auf extrem hohem Niveau. Erinnere, verrückt, verrückt und gar nicht. Eine unglaubliche Erfahrung. Wir hatten ja eine lange Zeit keine Frauen mehr in der DTM. Und ich glaube, dass es der DTM gut tut. Ja, ich meine, es war ein großer Schritt für mich. Auf der Strecke sind es auch nur Gänge. Sobald der Helm auf ist, ist ja egal gegen wen du fährst. Du fährst gegen jeden Hartmann. Ich habe natürlich versucht, aus der Chance, die ich dieses Jahr bekommen habe, das Beste zu machen. Es ist eine prästigende Serie und eine, die ich sehr begeistert war, insbesondere mit Lamborghini und T3, eine neue Team, wie ich selbst. Die DTM ist für mich eine Herausforderung. Mega geil. Fluch und Segen. Guys, wir haben die DTM-Range gewonnen. Der Titelkampf ist extrem stressig. Ich glaube, das ist der Wort des Jahres. Ich würde immer aggressiv fahren, immer volles Risiko. Das ist mein Style. Das war wirklich eine sehr aufregende Achterbahn. Die DTM 2021. Du wusstest nie, was auf dich zukommt. Und ich glaube, wenn hier ein paar Jungs aus der Formel 1 mitfahren würden, ich glaube, die würden ganz schön auf die Mütze kriegen. Er nimmt den Titel. Ich weiß nicht, was zu sagen. Ich weiß nicht, was zu sagen. Maximilian hat einfach mit konstanter, guter Leistung immer gepunktet. Das war genau das, warum wir hier sind. Das ist genau das, was wir hier sind. Das ist genau das, was wir hier sind. Wir sind innovativ, wir sind aufgeregt und Das Space Drive-System ist im Prinzip die Basis für irgendwann autonomes Fahren und deswegen ist es meiner Meinung nach eine absolute Sensation, dass man überhaupt schon in so einer kurzen Zeit mit dem System auf so einem hohen Level hier in der DTM überhaupt mitfahren kann. Es ist hochinteressant bei so einer Geschichte dabei zu sein und da mitarbeiten zu können. Das ist ein Projekt, bei dem wir eine Remote-Run haben. Das bedeutet, dass wir ein fully elektrisches Fahrzeug mit 1200 HP haben. Mit dem Elektro-GT-Fahrzeug haben wir ein neues Familienmitglied, klar. Das ist die fünfte Säule, ja. Wir wollen nur alles anbieten, um den Fan glücklich zu machen. Ich bin auch super happy, dass die letzten Veranstaltungen auch die Fans wieder mit vor Ort sein durften, auch wieder ins Faderlager durften. Die Unterstützung von Fans ist größer als immer für mich. Die DTM Fans sind sehr, sehr interessiert. Also, es ist wirklich cool, wie die DTM mit den Fans sind. Sie wissen, wie sie mit dem Fahrzeug in den Paddock bekommen, um wirklich die gesamten Motor-Sport-Experienz zu geben. Die DTM ist so speziell, weil man die beste Fahrer in der Welt hat und die beste Fahrer in der Welt geht. Das ist ein fantastischer Job, Mann! Unglaublich! Ich hoffe, dass er diesen Schritt nochmal eine Stufe schafft für nächstes Jahr, um einfach noch besser als Gesamtpaket zu werden. Es wurde gestichelt, es wurde provoziert, es wurde hart gefightet, aber am Ende sind wir eine Familie, die DTM-Familie. Die DTM für mich ist bester GD-Motorsport, den es gibt. Die DTM-Familie Die DTM-Familie Die DTM-Familie